so hallo und herzlich willkommen heute wieder zu escape from tarkov und zwar geht es um dieses new year's gifts for watching escape from tarkov in twitch damit darauf gestoßen vielleicht hat es der ein oder andere schon gesehen ich habe gedacht ich mache mal ein video drüber und es geht meine gedanken dafür preis es geht ja tatsächlich darum dass zwischen 30 dezember und 5 januar sollen kriegt man belohnungen für escape from tarkov dafür dass man eben bei twitch den streamern aus der liste als aus der streamer liste zuschaut also eben die bekannten und größeren streamer sind da aufgelistet können sie gerade mal aufmachen wenn man den quasi zuschaut ein von denen kann man zufällig drops bekommen also hier zieht man eine lab entrance karte gb coins bitcoins nachtsicht gerät ich weiß nicht goldene tt kiba schlüssel ich bin mal gespannt was das für drops geben kann auch waffen kann es geben bin ich mal echt gespannt also ich denke mal dass es dann ebenso funktionieren wird also man muss auf jeden fall sein twitch account mit dem mit escape von tarkov verbinden das geht dann hier ich werde auf jeden fall auch die seite in der video beschreibung verlinken geht hier drauf und müsst quasi auf euch einloggen und euer twitch account mit dem tarkov webseite verbinden oder müsst euch ersten twitch account machen um das ganze dann zu bekommen und dann bekommt ihr zufall zufällig während ihr zuschaut random drops ich weiß nicht wie die dann angezeigt werden ob die irgendwie auch twitch panel angezeigt wird dass man jetzt was gewonnen hat oder dass man das dann quasi wenn man escape von tarkov öffnet und dann wie dieses geschenk quasi so eine system benachrichtigung bekommt mit item xy was man dann bekommt ich bin mal gespannt ob das eine art und weise wird also sie wollen auf jeden fall natürlich die streamer unterstützen dankeschön natürlich auch sagen für die ganzen leute und ich denke für die streamer die dabei sind ist eine gute sache weil da werden noch mehr leute zuschauen ich bin aber gespannt wie krass die überraschungen sein werden und was man alles bekommen kann und ja hier ist wie gesagt die liste für den ganzen streamern sind auch deutsche dabei englische ich weiß nicht wahrscheinlich auch russischen haufen kann man anschauen und es wird so was wie so ein zeit level geben also sowieso ein battle pass oder sowas das heißt ihr kriegt garantiert und drop nach einer gewissen zeit also ist wenn ihr dann keine ahnung so und so viele stunden zuschaut kriegt ihr dann eben auf jeden fall einen sicheren drop also eben wie so ein battle pass ihr könnt multiple also ihr könnt verschiedene streams offen haben ich habe es nicht ganz genau verstanden also die zeit zählt dann aber auch jeden fall nur von einem also man kann sich damit nicht die zeit hoch boosten aber so wie es angehört hat könnt ihr von den verschiedenen streams drops bekommen was ich ein bisschen seltsam finde das heißt man könnte theoretisch alle streams einfach aufmachen und kriegt dann die drops da bin ich auf jeden fall mal gespannt wie das ganze funktionieren wird ihr könnt ja meine kommentare schreiben wenn ihr eine vorahnung habt wie das ganze funktionieren soll wie viele jobs da gibt pipapo schreibt die kommentare natürlich auch was sie davon haltet sind denke eine gute sache um einfach ein bisschen was zu bekommen ich guck sowieso hier streamen zu gar nicht mal immer den wahrscheinlich die was hier angezeigt sind aber natürlich werde ich dann auch die streams aufmachen und dann mal gucken wie das ganze sich aus zeigt also wenn man wirklich alles teams aufmachen könnte theoretisch zu 50 tabs oder so bin ich mal gespannt wie das funktioniert ob man dann für jeden stream oder generell halt nur vor allem stream dann eine belohnung bekommt das würde ich bin gespannt drauf mit gespannt darauf was ihr auch dazu sagt gebt auf jeden fall eure meinungen in die kommentare belohnungstechnisch bin ich auf jeden fall extrem gespannt zwischen also neujahr und 5 januar vergesst natürlich auch nicht eure weihnachtsgeschenke abzuholen die sind glaube ich auch nur noch bis zum fünften januar erhaltbar das heißt wenn ihr das noch nicht gemacht wird ich habe auch einige mal im facebook gelesen dass wie geht es wie geht es wieder geht es ihr müsst euch auf der webseite escape von talkoff.com einloggen mit euren charakterdaten also mit euren account daten und dann geht ihr unten geht ihr unten auf wenn ihr auf dem bildschirm seit geschenk erhalten heißt es glaube ich dann kriegt ihr auch ingame über das system rechts unten wo ihr auch eure markt gelder und alles von den quests alles alles erhaltet bekommt ihr eine systemmeldung und bekommt euer geschenk also die item cases med cases und p90 was da alles dabei war geiler scheiß auf jeden fall holt es euch ab vergesst nicht bis 5 januar zählt es auch danach geht es dann erstmal nicht mehr dann bin ich auf jeden fall mal gespannt wie sich das ganze ja entwickelt ich bin gespannt auf eure meinung was dazu gibt es ist 21 13 freitags ich verstehe es wieder mal nicht aber da muss jetzt der patch kommen und wir wollen in unserer main zeit zum zocken können wir nicht talkoff zocken ich finde es seltsam aber es mir leider von battle state games gewöhnt dann sage ich auf jeden fall vielen dank fürs einschalten schönen abend noch schaut auch natürlich auf dem live stream vorbei twitch.tv schrägstrich angemau live link auch in der video beschreibung und dann schönen abend noch